Die Schneidemaschine Dahle 599 ist eine professionelle A2 Maschine mit einer Schnittlänge von 700 Millimetern und einer Schnitthöhe von 3,5 Millimetern. Das entspricht einer Papiermenge von 30 bis 35 Blatt. Mit ihrem Werkstoffmesser schneidet sie neben Papier auch weitere Werkstoffe von A wie ABS Kunststoff bis Z wie Zinn. Der stabile Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen garantiert dabei einen festen Stand. Das hochwertige geschliffene Ober- und Untermesser aus Solingen sorgt für präzise Schnitte und eine lang anhaltende Schnittqualität. Der stabile Messerrücken aus Vollstahl gewährleistet eine optimale Führung des angeschraubten Obermessers, das daher besonders präzise arbeitet und bei Bedarf Austausch und nachschleifbar ist. Unterschiedliche Formatlinien gewährleisten eine schnelle und genaue Positionierung des Schnittgutes. Zwei Winkelanlagen mit Millimeterskala ermöglichen Ihnen einen exakten 90 Grad Schnitt. Der Rückanschlag aus Metall erleichtert die Ausrichtung des Schnittgutes und ist auf beiden Winkelanlagen einsetzbar. Dank der arretierbaren Bügelpressung wird das Schnittgut optimal fixiert. Ein robuster Handgriff mit Schutznase sorgt für ein sicheres Arbeiten. Die bewährte Sicherheitsautomatik bietet dabei einen optimalen Schutz. Der Vorderanschlag ermöglicht das Schneiden von Streifen gleicher Schnittbreite und ist bis 210 Millimeter herausziehbar. Für dieses Modell ist außerdem das praktische Untergestell 619 mit einer optimalen Arbeitshöhe lieferbar. Auf diese Schneidemaschine gewähren wir eine Garantie von fünf Jahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017